Ja, hallo, hier bin ich wieder und grüße euch diesmal aus dem Süden von Spanien, aus Madrid heraus. Ich bin im Moment in Andalusien und verbringe hier ein verlängertes Wochenende. Das verlängerte Wochenende kommt zustande, es gibt viele Feiertage in Spanien und die Spanier lieben es, Brücken zu bauen zwischen den Feiertagen. Puentes heißt das im Spanischen und so eine Puente haben wir, ein Puentenwochenende haben wir diesmal, Todos los Santos ist im katholischen, also Allerheiligen ist im katholischen Spanien ein Feiertag. So habe ich die Möglichkeit hier Ende Oktober, Anfang November tatsächlich noch bei herrlichen Temperaturen im Süden, in Andalusien unterwegs zu sein und hier Land, Leute und die Sprache natürlich auch besser wieder kennenzulernen. Und das ist einer der Privilegien, die man hat, wenn man schon im Ausland in seinem Leben arbeiten darf, dass man auch diese Möglichkeiten nutzt zu reisen und das ganze Land kennenzulernen. Ich wünsche euch alles Gute, alla Proxima, Tschüss! Notwendung You 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 Untertitelung des ZDF, 2020